Hallo, hier ist der Martin von Manimankies, das ist die DAX Anlösung für mitwoche den 22.05.2024. Unser DAX hat seine Kraftübung hier ein bisschen seitwärts ab und hochstoßen verlagert. Hat sich hier einmal auf die Nackenlinie fallen, naja, kann man so nicht sagen, aufs untere Band fallen lassen, wieder hochgearbeitet. Wir haben uns gestern darüber unterhalten, dass die SKS-Auflösung hier ein bisschen im Fokus steht zum Dienstag. Ja, dass er entweder mit Überbieten des oberen Bandes hier die Möglichkeit hätte, also über der 18800 die SKS einfach hinter sich zu lassen, oben rauszuspringen, in die Verkeilungslinie reinzustoßen. Hat er auch gesagt, dass ich, nee, hatte ich nicht gesagt, dass ich mir das vorstellen könnte. Ja, wir hatten, glaube ich, ganz von beiden favorisiert. Ich selber hätte aber tatsächlich eher das oben rauslaufen favorisiert, zumindestens Stand morgen, wahrscheinlich nicht am Abend aus der Analyse, aber morgen, wie er reingekommen ist, hätte ich schon erwartet, dass er ein bisschen hochdrückt. Das hat er aber nicht getan, er hat sich stattdessen runtergewühlt und das hat er aber nicht nutzen können, dieses Momentum, was er da mit aufgebracht hat. Da hat er eben die Nackenlinie nicht kaputt gekriegt. Im Zweifel ist das aber jetzt eher als eine Punkt für die Verkäufe zu werden, trotz dass er sich wieder hochgezogen hat, trotz dass es eine grüne Tageskerze ist, sodass man bei erneutem Absinken vom DAX durchaus nochmal einplanen dürfte, dass er das noch probiert, hier auf die Nackenlinie aufzustoßen. Deswegen würde ich das jetzt einfach hier nochmal mitziehen. Es scheint auch ein bisschen ihre Türen gegeben zu haben, wie, wann, wo ist die SKS denn jetzt aktiv? Ich hatte eher den Eindruck, manche wissen gar nicht, was eine SKS-Formation ist. Eine SKS-Formation ist einfach ein Pattern, ein Muster, was man häufig sieht im Chart und sehr häufig entsteht es an Hoch- oder Tiefpunkten als Trendwechsel-Formation. Es ist beendet in einer starken Aufwärtsbewegung oder einer starken Abwärtsbewegung durch eine Verkehrtraum-SKS, das gibt es auch häufig. Und in der Regel löst ein SKS eben aus, wenn der Markt unter die Nackenlinie fällt. Dann haben der eine gesagt, muss er jetzt drunter, muss er per Stundenschluss drunter, ich würde das gar nicht so kritisch sehen. Also, der muss drunter. Und mit jedem Punkt, den er da runter weiterfällt, erhöht er natürlich seine Wahrscheinlichkeit, in das Ziel hier reinzulaufen bis hierhin. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass es jetzt sicherer ist, hier einen Stundenschluss drunter abzuwarten, um dann den Chart zu starten. Also, im Lehrbuch seht ihr sogar eher sowas, wartet mal, im Lehrbuch seht ihr dazu eher so ein Bewegungsverhalten. Ja, das ist die SKS, Kopf, Schulter, dann steht dann da hier SKS, Schulter, Kopf, Schulter. Das ist die Nackenlinie, die wird untertrennt, dann macht der Markt drunter, läuft von unten ran, bestätigt hier den Pullback. Und das ist dann eigentlich die einzigste Chance. Im Pullback dann den Trades suchen, rein ins Bewegungsziel, was dann eben, das hat man ja gestern schon gesagt, hier so ein bisschen vom Kopf nach unten abgetragen werden kann. Das wäre jetzt, sag ich mal, das Lehrbuch vorgehen. Man könnte sich dann darüber absichern oder man wartet einfach hier eine Umkehrformation ab und sichert sich dann hier mit einem Stop-Loss drüber, steigt in die Umkehr ein. Das darf dann auch ein bisschen tiefer sein. Ja, und tradet dann die Bewegung nach unten. Also das wäre so das übliche Vorgehen und der Einstieg. Hier jetzt direkt mit dem Bruch einzusteigen, weiß ich nicht, ist nicht unbedingt, weiß ich nicht. Ja, kann man auch machen, natürlich. Weil man ja auch in der Regel erstmal die erste Bewegung noch hier im Schub hat. Aber ich würde das gar nicht unbedingt auf den Stundenschluss anlegen. Also das hatten welche im Chat auch bei uns geschrieben, weil die Analyse jetzt auf Stundenebene ist. Das reicht schon wirklich, das unterbieten. Also das verlassen. Aber wichtig ist halt, dass es sich dann unter der Linie etabliert. Das heißt, wenn man hier jetzt, wenn das eine große Zeit dann hätte, ist es Stundenebene. Und man zoomt jetzt mal in das Bild hier im Kleinen rein. Dann sieht das ja, wenn man das mal jetzt hier als Luftblase macht. Diese Bewegung, die hier runter ist, das kleine Stückchen alleine. Das sieht ja nicht so aus, sondern das sieht ja dann von der Bewegung her so aus. Ja, da fällt ja eben nicht am Stück wie ein Strich, sondern macht untergeordnet so eine Bewegung. Und da kann man dann eben tatsächlich hingehen und immer wieder, wenn man sieht, der Markt löst gerade eine SKS auf, kann ich untergeordnet immer wieder mir sowas angucken. Und dann mit Fokus darauf, wenn ich sehe, der macht hier irgendwie eine kleine, oder warte, bestimmt mal eine andere Farbe. Also wenn ich sehe, der macht hier die Bewegung hoch zu deutlich langsamer und er kippt dann hier so ein. Dann kann ich so eine Situation hier tatsächlich für einen Short nutzen. Ich sehe bloß drüber, weil ich weiß, übergeordnet habe ich eine SKS hinter mir, die auflöst. Die SKS hat das Ziel bis hier runter. Das heißt, wenn ich jetzt hier in der Bewegung untergeordnet, das hier untergeordnet heißt, kleinere Zeiteinheit, dann ein Short-Setup sehe, dann hätte ich schon eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass mir das auflöst, weil ich ja bis hier unten Platz habe. Das heißt aber nicht, dass man jetzt aus so einem Trade hier dann bis hier unten ans SKS zielen muss, sondern man macht einfach nur das Setup. Hat aber dadurch, dass man im Hinterkopf hat die SKS löst auf, hat man einfach auf dem Setup hier, auf dem kleineren, dann eine erhöhtere Wahrscheinlichkeit und damit auch eine bessere Trefferquote. Und darum geht es ja im Trading oder in der technischen Analyse. Das geht nicht darum, zu 100% zu wissen, wo, wie, was. Es geht immer nur um Wahrscheinlichkeit. Es geht einfach nur darum, seine Trefferquote mit Hilfe von üblichen Mustern, Pattern einfach zu nutzen. Es geht nicht darum, zu sagen, es ist ein SKS und ich muss jetzt hier unbedingt Short rein und dann auf das Ziel der SKS, sondern es ist einfach ein Hilfsmittel, um uns zur Orientierung zu geben, bis wohin könnte der Markt sich denn bewegen. In welchem Spektrum habe ich hier eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass der nach unten auflöst. So, und da kommt es jetzt eben dazu. Deswegen haben wir auch den Strich hier oben hingemacht, dass der Markt das eben nicht so macht, wie das hier jetzt im Lehrbuch drin steht, mit dem Pullback an diesen Nacken, die so an der DAX halt oft einfach so einmacht, wie so ein Beklopp da einfach ist. Oder jetzt auch hier so ein Vorjahrtreten. Wenn er jetzt hier vorher gedreht ist, könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass er komplett nach unten durchnakelt und den Pullback dann auslässt. Aber er macht es immer irgendwie ein bisschen anders, wenn er es macht. Nichtsdestotrotz ist diese SKS, diese SKS-Formation ist an sich erst im Trade selber freigegeben. Das ist auch das, was ich gestern gesagt habe. Wenn die Nackenlinie tatsächlich unterputen wird, dass dann, reden wir von einer aktivierten SKS, solange das nicht passiert, wäre es auch richtig, das hier zum Beispiel auch als, ich sag mal, bullische Verkeilung zu werten, wenn man jetzt über die Hochpunkte jetzt hier was liegt oder als ABC zu werten oder was auch immer. Deswegen bin ich immer kein Freund davon, schon ab einer rechts ausgebildeten Schulter, ab einer rechten Schulter, sowas zu traden, weil man im Grunde genommen auch hier sagen könnte, das ist jetzt hier ein Korrekturmuster, das hier, das ist ein Korrekturmuster. Und ich beobachte jetzt einfach, wann löst dieses Korrekturmuster nach oben auf. Und wenn das jetzt auflöst, zum Beispiel durch Überbieten dieser Trendlinie, zack, hier rüber, dann heißt das hoch auf neue Hochs. Wenn er diese Trendlinie hier überbietet, dann löst er dieses Korrekturmuster, was hier quasi bestand, wobei es gar nicht so richtig wäre, das so rumzuzeichnen, man würde das üblicherweise eigentlich so rumzeichnen. Und dann löst er das hier nach oben auf und geht hier rein. Und das sind alles so kleine Wahrscheinlichkeiten, die wir für uns nutzen, nicht damit wir wissen, wo ist morgen der Markt, wie steht der, wo schließt er 22 Uhr, das ist immer das, was alle von mir wissen wollen. Was denkst du, wo steht der Markt in 30 Tagen, wo steht er in 14 Tagen, ganz genau. Das ist nicht Sinn und Zweck der technischen Analyse, sondern die technische Analyse hilft uns einfach zu ermitteln, wo haben wir eine bessere Wahrscheinlichkeit. Und hier könnte man jetzt eben auch hingehen und sagen, okay, rein aus der Option, dass wir hier vielleicht eine kleine politische Verkeilung gesehen haben, alle haben jetzt gedacht, es wird eine SGS, aber ist es gar keine, kann der Markt über 57, sich bis 800, 880 und sogar 89 nach oben reagieren. Hier liegt jetzt heute zum Mittwoch dann die Trendlinie oben. Das heißt für mich ganz klar, dass ich oberhalb von 57 wirklich eher den Long präferieren würde, insbesondere auch wenn wir oberhalb von diesem Band eben mal rauskommen. Ja, oberhalb von der 18.800, die bleibt für mich erstmal Widerstand, wir haben wegen der linken Schulter hier, 18.800, 18.830, das bleibt harter Widerstand, das wird schwierig, ja, kann man sich auch nochmal die 10 ausbeißen, aber ich würde oberhalb von 57 tatsächlich zum Mittwoch, trotz dass wir in der SGS sind, in der möglichen SGS, ist ja noch nicht aktiviert, würde ich oberhalb von 57 tatsächlich eher den Long präferieren. Ja, ich würde bei 800, 830 wahrscheinlich sogar schon den ersten Teilverkauf machen und erstmal in Deckung gehen für den Fall der Fälle, der dreht sich dort wieder runter, aber ich würde hier drüber tatsächlich die ein bisschen ausklammern, weil es ist ja noch nicht aktiviert und dann eben oben suchen. Und so nutzen wir die technische Analyse, um uns für den Tag eben zu bewegen. Nicht, weil das, was wir zeichnen, zu 100% immer aufgeht, das ist mal so der Fall, das passiert manchmal einfach, weiß ich, der Markt eben dann doch in den Mustern immer wiederholt, aber für das Trading und Analyse, das müssen wir immer trennen, ja. Das eine ist Trading, das andere ist Analyse. Das, was wir hier aber alles jetzt gerade machen, das ist alles eigentlich auch Seminarinhalt. Ja, also wer sowas nicht kennt oder sowas nicht weiß, der hat in Frankfurt zu erscheinen, Freunde. Das ist Basiswissen. Das ist, das muss man wissen, wenn man mit echten Geld an der Börse rumfummelt. Und ansonsten läuft man Gefahr, dass man zu denen wird, für die die Börse gemacht wurde, nämlich für die kleinen, vielen Leute, die brav jeden Tag zur Arbeit gehen, jeden Monat Gehalt kriegen, die das dann in die Börse reingeben und es transferiert wird nach oben zu denen, die eh schon genug haben. Ja, das spielt bestimmt nach oben, das Geld dann in die Börse. Und dann verlieren die Leute unterm Strich auf Dauer eben ihre hart verdiente Kohle, die sie jeden Tag erarbeiten. Weil das ist Börse, so funktioniert das, ja? Und man muss sich da ein bisschen rauslösen, muss aus dem Muster quasi ausbrechen. Und deswegen sollte man sich mit sowas wirklich bewusst auseinandersetzen, weil man es ja für sich nutzen kann, um eben auch die anderen auszuspielen, die anderen Privaten auszuspielen halt, ne? Um von denen ein bisschen was mitzunehmen. Von den vielen kleinen eben, die die ganze Zeit noch verlieren. Aber man sollte auf keinen Fall so handeln wie die. Ja, auf keinen Fall. Gut, aber lange Rede, kurz das hin. Ende vom Lied. Wie können wir sagen, über 57 würde ich nochmal lang präferieren, in die 800 und in die 830 rein, geht er drüber, hat dafür mit durchaus das Potenzial, bis sogar 89 durchzukommen, auch schon am Mittwoch, das ist eine Schrecke, die kann er schaffen, warum nicht? Wenn da eine Keilauflösung geht, Keilauflösung geht immer schnell. Es könnte er schaffen, eher typisch wäre der Hochpunkt dann am Donnerstag, ja, muss ich auch dazu sagen. Also, gelingt es ihm, Mittwoch die 800, 830 rauszunehmen, darf man Donnerstag Nachmittag einen Höhepunkt erwarten, mit einem neuen Allzeithoch, hier in dem Bereich. Drückt er sich jetzt hier aber wieder direkt nach unten, er kippt direkt vom Start an zum Mittwoch nach unten weg und macht wirklich, und macht hier wirklich nochmal die Drehung. Dann rechne ich schon damit, dass wir in die 185,60, 185,30 reinfallen, mit der Hinteroption, dass er vielleicht sogar direkt zum SKS-Ziel marschiert. 200 gleich eine Durchschnittslinie hier, das kann passieren, ja, SKS-Ziel wäre jetzt so 360 rum, da sollte man ein bisschen aufpassen. Er hat die Option, von hier nochmal zurückzurennen, einen kleinen Fake-Ausbruch anzutäuschen, das dann doch zu verwandeln, wäre vielleicht eine schöne Station für den Teilverkauf, wenn man short ist, ja, ist mal 5,60, 5,30, vielleicht erst mal ein bisschen was eintütet, sich anguckt, okay, dreht er wieder hoch, macht er die Show hier, ja, oder nicht, und dann, ja, so würde ich, glaube ich, agieren. Also wenn er runterdreht, sich wieder runterdreht, spricht es eher dafür, dass er noch in die SKS-Auflösung reingeht, auch wenn er jetzt hier vorgedreht ist und eher eine bullische Tageskatze gestellt hat, das muss man dann ignorieren, ja, wenn er jetzt hier runterdreht, ist die SKS so noch möglich, aber sie ist noch nicht aktiviert, ja, das ist ganz wichtig zu betonen. Deswegen, hier einfach mal, weil es offensichtlich zu Verwirrung geführt hat und da viele Fragen gab, am Mittwoch ein bisschen Lehrtraining, technisches Grundverständnis oder wie auch immer, aber wie gesagt, das ist Basiswissen, ihr müsst das können eigentlich, also das muss jeder können, sowas, das muss jeder beherrschen, das muss jeder wissen, wie er sich im Chart zu bewegen hat, wie er was zu wichtig werden hat, sonst verliert ihr, ja, also das wird unheimlich schwer, sonst das nicht hinzukriegen, ja, das ist nicht schon schwer genug, selbst wenn es zwar ist, gegen Psychologie und sowas dann auch zu kämpfen, ja, aber man muss wissen, was man tut, ja, sonst landet man unterm Strich, unter der Schippe. Gut, ich mache jetzt hier aus, wünsche euch Spaß, wir hören uns morgen wieder, tschüss.